Krone hat seine Quaderballenpresse vom Typ BigPack einer Überarbeitung unterzogen, dabei den Fokus auf den Zugewinn an Komfort gelegt. Die Schweizer Landtechnik war bei einem Einsatz des Modells BigPack 1270 VC Multibail mit angebautem Vorbauhäcksler Pre-Job dabei. Angehängt wird die Presse in oben- oder unten Anhängung. Die verstärkte Deichsel weist eine Stützlast von 3 Tonnen auf. Wahlweise gibt es eine starre oder nachlaufgelenkte, parabel gefederte Tandemachse von BPW. Mit dem System Multibail kann ein grosser Ballen aus bis zu 9 kleineren Einzelballen bestehen. Ist der Multibail-Modus gewählt, dann knoten zwei Knoter die kleinen Ballen, die restlichen vier binden den gesamten Ballen. Möglich macht dies eine geteilte Nadelschwinge. Bei der neuen BigPack 1270 wird ein veränderter, vor allem aber auf 3,6 Meter verlängerter Presskanal verbaut. Ein elektronischer Sternrad-Sensor sorgt für stets gleiche Ballenlängen. Der Ballenauswerfer ist teilbar. Man kann entweder nur den letzten Ballen auswerfen oder den Kanal vollständig entleeren. Überarbeitet hat KRONE das patentierte, variable Füllsystem der Presskammer. Ein Drehwinkelsensor überwacht das Berührungspendel. Wenn nicht genügend Material für ein neues Paket gesammelt wird, aktiviert eine elektrische Bremse diese Sammlung. Erst wenn die Vorkammer genug gefüllt ist, wird die Steuerspur gedreht und die Vorschubschwader drücken das Material in den Kompressionskanal. Mit dieser elektrischen Aktivierung lässt sich die Vorverdichtung und somit die einzelne Schichtdicke über das Terminal in fünf Stufen beeinflussen. In Kombination von Vorbauhäcksler und Schneidsystem, das entweder mit 51 oder 26 Messern bestückt werden kann, lässt sich das zu pressende Stroh optimal für die spätere Verwendung im Stall aufbereiten. Der Vorbauhäcksler arbeitet mit 96 pendelnden Messern und zwei Reihen mit je 47 Gegenschneiden. Beim Schneiderotor kann die maximale Messerzahl in fünf Gruppen mit einem Schlüssel vorgewählt werden. Die Zuschaltung erfolgt dann hydraulisch aus der Kabine heraus. Die Reinigung der Messerkassette erfolgt hier durch Umlegen einer Reinigungsklappe oder bei der Variante mit 51 Messern über eine integrierte Druckluftanlage. Das EasyFlow Pickup hat KRONE in den neuen Pressen mit einer aktiv angetriebenen Zuführwalze ergänzt. Das Aufsammelorgan heisst nun Active Pickup, kann optional auch hydraulisch angetrieben werden. Neben der Leistungssteigerung verspricht KRONE mit den neuen Pressen einen Komfortgewinn für den Anwender. Einmal in Sachen Reinigung, so wird die unter einer Kunststoffhaube abgedeckte Knoteranlage mit zwei hydraulisch angetriebenen Ventilatoren sauber gehalten. Diese erzeugen einen permanenten Überdruck, sodass sich Staub und andere Verschmutzungen erst gar nicht ablagern können. Zum Komfortgewinn tragen auch die hydraulisch in zwei Varianten schwenkbare Seitenverkleidungen bei. Einmal lassen sich diese Verwartungszwecke so weit aufschwenken, dass bei ausreichender Kopffreiheit notwendige Wartungsarbeiten bequem ausgeführt werden können. Dann kann man die Seitenverkleidung auch hydraulisch absenken, sodass die Garnrollen leichter zugänglich werden. Darüber hinaus lässt sich die grossdimensionierte Zentralschmierung vom Traktor-Terminal aus aktivieren. Über zwei Bedienfelder, eines seitlich vorne beim Pickup und das andere hinten beim Presskanal, kann man gewisse Steuerungsfunktionen auch extern vornehmen. Am Heck gibt es einen angebauten Wassertank mit Seifenspender, sodass man nach getaner Arbeit die Hände gründlich waschen kann. Die Presse gibt es ab 225'000 Schweizer Franken. Mehr dazu in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017